Heiho Leute, es ist kurz vor zwei. Ich komme gerade von Invincibles Geburtstagsfeier. Es war ein feuchtfröhlicher Abend und es war sehr chaotisch, das kann ich sagen. Anthrax war auch dabei, sehr lustig. Aber wie dem auch sei, genug der privaten Blablas. Haronius ist angestet, oh lech, sagt er. Oh mein Gott, hoffentlich bin ich dazu jetzt nochmal in der Lage, hey. Hey, 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 hey. Ja, komm, modz nicht. Oh Gott. Das ist ja jetzt gerade perfekt, dieses Spiel. Was immer das auch war. Huh. Okay, verschießt, ist ziemlich böse. Deswegen sterbe ich gleich mal. Kriege ich mal super an. Ei, ei, ei. Oh, das war ja sogar noch richtig gut. Ich möchte diese Glocke bitte in der richtigen... Oh, lecker, ein Eis. Das habe ich vorhin nicht bekommen, Burger King. Oh, je. Was? Ach, ich bin fett? Mein Gott, die Musik ist ja perfekt. Was sind das da im Hintergrund? Zwiebeln? Chava, halt's Maul. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Jetzt. Achso, freilich, ich bin ja groß. Ach, fuck, sorry. Oh mein Gott. Das ist ja gerade... Das perfekte Level für einen sowieso schon ziemlich feucht-fröhlichen Abend. Ach, du Scheiße. Ah, okay, Ballons töten. Was? Ach, das sind kleine Zwiebeln. Das sind Pompons. Fuck. Ah, hallo, Fee. Yay, ja, whatever. Ähm, so. Lasst mich doch bitte in Ruhe. Hier. Dieser Ballon da langweilt. So. Die Viecher schauen irgendwie leicht verstörend aus, aber ich mag hier den Koch mit Zewooza. Ips. Ich möchte nicht bitte vor einem Ballon erschlagen werden. Auch nicht vor diesem... Was sind das? Auf jeden Fall lämst mein PC ziemlich runter. Ah, whatever. Ich wundere mich heute über gar nichts mehr. Ach, wie sexy. Schuss. Buh! Das ist's! Schüsseln ist weg. Äh, blöd sein Name. Komische Schüssel vor der Schnauze jedenfalls. Ah, da ist er wieder. Sehr, sehr praktisch, dieses Ding. Geht das? Geht das? Scheiße. Toll, das bringt ja gar nichts in diesem Level. Was ist denn hier bitte der Boss? Ich glaube, der ist nicht genauso einschläfernd. Nee. Also, bitte. Was ist denn? Münzen? Huch. Diese Bombe da schaut doch einladend aus. Ich hoffe, ich kann die irgendwie meinen Skill abschießen, aber irgendwie komme ich da eigentlich durch. Also, von dem her mache ich das ganz einfach. So. Huch. Ach, kommt. Geht weg. Geht doch alle ins Bett. Die Musik ändert sich. Oh Gott. Ja, die ist wenigstens immer so einschläfernd. Wo ist er? Bosszeit? Ey, mein Zahnespritzer von Gokuyo. Oh, hör auf zu grinsen. Mach's Maul auf. Stirb. Gut, das ist noch relativ einfach auszuweichen. Wä. 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 Ups. Einer ist schon mal weg. Da ist mal eine sexy Schüssel wieder. Oh, die hat schon einen Sprung. Das glaub ich... Das dürfte vorrennen. Oh, nicht mal. Perverses Schweine aufrumzuspritzen. Ai, ai, ai. So, einer noch. Ist eigentlich relativ einfach, muss ich zugeben. Sorry, falls ich jetzt ein bisschen oft safe wäre, aber irgendwie ist mein Finger da grad auf dem Knöpfchen. War das eine Fee? Scheiße. Gut, ich lass die Fee Fee sein. Das heißt aber immerhin, ich bin nicht an dem Boss gestorben. Sondern durch meine eigene Dummheit. Haha. Was ist jetzt? Äh, Kamikaze? Äh, ja. Ich, oh, fein bei mir. Warte mal, wenn ich jetzt die Dinger so einordne? Wolla. Mal gucken, ob das was hilft. Ui. So. Na, ich muss trotzdem ausweichen. Fuck. Aber ich hab gedacht, ich komm so durch die Level. Jetzt ist meine Schüssel wieder weg. Ja, okay. Okay. Nein, ich möchte meine Tail dann nicht auswählen. Ich bin mit Ripple sehr, sehr zufrieden. So viele Hühner. Eieiei. Ein Einkaufswagen und eine alte Frau? Nein, irgendjemand mit einem toten Kopf. Aber es gibt... Glöckchen. So, wo sind wir jetzt in der... Was zum Teufel? In der Stadt? Oh, es wird wieder schnell, ja? Na, das ist ja perfekt. Ich möchte nach unten. Hä? Pinguine! Pinguine! Aber ziemlich komische Pinguine. Oh Gottchen, Rentaro. Uah! Pinguine! Pinguine! Ui! Meins. Meins. Meins, meins, meins. Man muss nicht schießen. Nur ausweichen. Von Taro im Autoscooter. Wieso schieße ich denn? Gut, okay. Ich nehm's zurück. Man muss doch schießen. Juhu. Ui! Aber nicht so oft jedenfalls wie Shit. Sonst... Ach scheiße, ich wäre durchgekommen. Uh, uh, uh. Meins, 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 meins. Oh Gott. Huch. Fück. Gerade jetzt muss es runtergehen. Ruhe. Ich versuche mich da zu konzentrieren. So weit das noch möglich ist. Nein, ich brauche kein Roulette. Jetzt ist es wieder langsam. Heißt es, es kommt an Bord? Boss, 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 Boss. Uh, uah. Ja, 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 ja. Lassen wir endlich mal den Level-Swap. Was spielen wir jetzt? Wow. Hier ist das Balls. Ach, wie hübsch. Na gut, dann wollen wir mal, ne? Wie hübsch. Arschloch. Ganz fränkisch. Ich schmeiß, dass ein Fächer liegt. Und ich fliege in seine Schnauze. Ich fliege in sein Fächer. In seine Hand. Ich sollte mal aufhören mit diesen Stunts. Ich glaube, das ist nicht wirklich gut. Oho, wie böse. Äh, gut. Scheiße, Mist. Ah, nachkommen. Sag mal, lieb zu mir. Arschloch. Oh, nein. So. Der will das jetzt aber hier nicht alles voll machen. Das kennen wir ja. Fuck. So. Oh, nee. Komm. Du Scheiße. Uiuiui. Och, nee. Das könnte recht, wirklich recht böse ausgehen. Ähm. Die Sailor Moon-Perücke wird ihm auch nicht helfen. Alter Schwede. Also, der ist wirklich, ich muss zugeben, so lächerlich der Bus auch ist, aber wirklich einfach ist er nicht. Alter. So. Jetzt kommt das wieder los. Oh, du Scheiße. Hallo? Wie soll ich denn da sein? Fächer neu ausweichen? Geht's? Da bin ich da, Bruder. Oh Gott. Ich flitze nicht. Nee, so nicht. Wie soll ich denn? Fuck. Hallo? Geht's noch? Geht's? 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 Sonst geht's dir gut. Okay. Alter Schwede. Nein! Nein, nein, nein. Was immer das auch war, aber nein. So. Alter Schwede. Ich muss zugeben, der war hart. So. Das reicht auch für heute. Ich werde jetzt mein Shisha-Line zu Ende dämpfen und dann auch in die Falle gehen. Also Leute. Habe ich noch gesaved? Ich save einfach nochmal. Also dann. Wir sehen uns. Bye, bye.